... Schön langsam, Marcel! Lächeln! Bessere Körperspannung noch! Wenn Sie gärtnern, ne? Ist das entspannt für Sie? Das ist Hobby. Das ist Hobby. Haben Sie immer schon gemacht, oder? Ich habe hier ein wunderschönes, selbstgemachtes Setzholz in meiner Hand und ich nenne es liebevoll Setzpessholz. Nathalie, was pflanzt du da gerade? Das ist Thymian. Lecker im Salat, lecker zum Steak. Schau mal, hier die Elan-Erdbeere. Oder so. Elan-Erdbeere und die ist weniger Elan-mäßig? Die hat nur einen Monat Zeit. Ich grabe gerade, ich buddel ein Loch, ich buddel mich durchs Weineche-Gelände. Ich grabe einen Geheimgang. Und wie ist das so für dich? Ungewohnt. Ich bin nämlich der totale Gärtner an der Lied. Was mach ich damit? Was las ich damit ??? Ist übrigens auch schon Drodschuhierge? Ne, aber die Blätter nicht. Ach, ach so zu spät. So jetzt ist alles kaputt. Ich bin schuld. Ich mit schuld. Also was soll denn denn da jetzt doch parlamentiert werden? Ach so, wer gibt es noch? Vielen Dank.